Moin Moin YouTube und Willkommen zu unserem ersten League of Legends Let's Play. Heute aus meiner Sicht Julian. Alle sind mit dabei. Tom und Patrick. Hoi. Ich bin Akali in der Midlane. Tom ist Thresh auf der Botlane. Paddy ist Gaga auf der Toplane. Dazu haben wir noch ein Gangplank im Jungle und einen Draven ADC. Die Gegner haben eine Vayne, Lulu Bodlane, Liss in Jungle, Diana Mitte und Fiora Toplane. Der Gangplank hat einen schönen Schaden. Und du nicht, Hoppen. Oh, ich hab nicht ausgewählt. Oh, Nuss. Oh, Mann, so ein Tropfen, ey. Richtiger Tropfen. Ja, lol, back in letzter Richtung. Ja, ja, ist klar. Ja, ja, im Brauchstolz schieben. Ich hab letztes Volletheer-Game-Homber-Trash-Spiel. Nichts kann, weil es zu Brot kann schimmeln, was kannst du? Toll. Ah, ja, ich kann brauchen, es gut zu tun. Ich kann dir die Smack-Leute. Keiner von denen hat Teleporter-Bei, also pass auf auf die Toplane, ne? Ja, ich hab sowieso... Fehlender, wie immer, ja, klar. Ja, klar, ja. Kennt man ja. Ja, sagt der Typ, der Kai spielt und 2,5 steht, ne? Sagt der Fanny, der Kai spielt und gegen Karma verliert. Ja, das war nicht einfach, ja? Ja, ja. Ich hab dich kaputtgemacht. Guck mal, wir haben den FC-Stauch, die Sieben als Gegner, ich würde aufpassen. Und R.F. Und den Minga-Koala, ist noch schlimmer. Aber während wir ein DJ auch... Ist deine Mutter, ne? Ja. Doch gut in Form. Doch gut in Form, ach? Geh, ja. Ihr habt keine Skins, Mann, seid ihr schlecht. Ihr wisst ja, ne? No skill. No skill, no skill. Alter, ich hab nur nicht ausgewählt. Ja, das reicht schon. Ich hab mal zum Skit auf den Schnaf. Ja, Juli. Ja, welche Elo seid ihr? Gold 5. Man, wie man am Sand... Gold 5! Ja, wie gesagt, das ist nur mein Smurf. Ja, ich bin ja... Kleiner Angeber. Ja, also sein Name ist Bonze. Nein, sein Name ist Gold 1. Nein, nein, Gold 4. Ich bin leider abgestuft worden wie in einem AFK-Typ, ne? Ja, jetzt muss man sich so... So, es wäre auch mal schön, wenn die Leute das zu Ende laden könnten. Ja, das war jeder Ruhmert. Ah, uuuh. Perfekt, Leute. Ich starte mit den Schuhen und 4-H-Potts. Weil das Zweigiger ist. So Katharina stattmäßig. Harry. Natürlich auch mit dem Puh. Wir haben das jetzt noch ein PBE mit den Durchgängern in der Mitte von den Mauern. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber so lange ist der Weg nicht, aber... Das fehlt mir immer Wischen, immer. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dann der Weg in den Jungle Gritern ist. Ja, nicht nur das, dass viel mehr Wischen. Ja, warum müsste das hier wegmachen, weißt du? Da könnte man direkt hier von hier so durchgehen. Ja, ja, komm. Das war am besten. Am besten macht man überall Durchgänge, ne? Ja, weißt du so. Das Wort EU-Wer ist. Wieso der Worte? Nein, ich wollte eigentlich hierhin, aber egal. Ja, jollo. Und in hell. Ja, warum nimmt der auch, äh... Das ist so gut. Dank an die Jungle, so klasse. Das ist so hell. Das ist so klasse. Weil ich, weil ich gepinkt hab, ganz, weißt du, genau. Oh, der Damaged Trade, Mann. Oh, das wird Juli verlieren. Oh. Ne, sowas kann man nicht verlieren, als er kann. Ja. Einfach wegen dem... Ja, die wollte eigentlich nur ihren Auto-Attack-Brock. Ja, Tom, du musst die Grumps machen. Nein, der Ding, 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 Grumps. Ja, die Shades sind hier für mich okay. Ich meine, die Verbrauchten machen eigentlich nicht. Machen wir in der Elo nicht. Oh, Mann, seid ihr schlecht. So. Die Verbrauchten auch ganz viel machen. Das ist schon ihr dritter Co. Full-AP-Faten. Achso. Ja, Caracas. Ja, hier in Dr. Pepper sag ich nur, Juli, ne? Da haben wir meinen AB-Clown. Ich hatte die beste, Junge. Mit der Fontäne. So, erstmal hier müssen auf ein, sag. Ach ja. Diana. So, ich muss wie immer mit Akali bis Levitik fahren. Oh, ja. Fiora. Hier Pots. Schön. Oh, hab ich nicht. Na, das war auch nicht gut. Toll. Ich bin ja wieder richtig Premium. Kennt man ja von dir. Jo. So, die Olle. Den Co. hab ich daneben in Ahnung. Oh, mein Gott. Nein. Schon gut drauf. Der Traitor auch wieder okay. Ist echt nicht so gut. Ach, zack. Ja, Botter Flash, also Vayner Flash raus. Nur mal zur Info, falls jetzt in Level 2 Gragas Gang kommt, mit Teleport. Na, dich froh, aber dachte ich so, nee. Sehr zu easy. Ja. Na, ich verliere meine Lane. Ich bin definitiv. Hm. Wola. Hätte ich doch in einen nennen. Hätte ich hätten Kill gehabt. und am liebsten dass es so ist hast du nicht hin das Gegner und wir haben dann kann hallo wie vielversprechend ist das der Fall ist er ein vergnügen sollen hätten das Blatt er ist auch manchmal ich vergesst richtig viel ich habe nicht vergessen weil ich dachte der Kuh der Mensch wird ausreichen aber bei uns hat es kein ich hatte den Kuh-Ready und er machte einfach nicht ja ja immer diese Aufstieg er hat die Fertigungsversorg ich bin nicht so aggressiv das ist dumm Julio Juli Kikoffsmail Kerstin ich hab zwei Kerstin Klin ob man es wird nur beschrieben kann sein dass der Top kommen würde ah ne ist Top ist ja ist grad mega gepusht ok du bist Top nein 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 wieder sein oh la alter jetzt gehst du wieder rein oder wir brauchen nur einen Kuh da Risky-Risky hier auf jeden Fall keine Sommers mehr ja das lieb er hat auch schon vorbeiget um die Anmerkung Samona's Samona die hat sich erstmal die kristalline Flasche geholt ja der Gang in Kumpel das war natürlich er ließ abgabend der größte und Dienstgüpf ich bin nicht er hat vielleicht könnte man das als Krieg die Bezeichnung gemacht haben ich hab nicht gesehen wenn man hat Lula hat keine Exhaust aber ich hatte irgendwie gedacht das ist es doch kommt ich soll kommen Nein. Ich kann nicht kommen. Noch nicht. Zack. Der erhobt. Was? Hast du gesehen? Ja. Earlier, musst du schneller reagieren. Das war ein Treffer. Naja. Das war 100 Ton Treffer, Alter. Wieso würde der jetzt hilf? Akadi, nö, du hast mir auch nicht geholfen. Wake up, boy. Waku-up, Freund. Der Typ ist aber ein wichtiger Gula. Waku-waku. Ich finde diese Toppeler so lustig, die sich immer anhören lassen, zur Hälfte leben, da und dann. So wie du? Guck mal, ich habe die Toppelerin. Ich dominiere ein bisschen. Die Zahnpäne. Das ist doch kein Dominion. Die geht aber richtig tief, die Tiana. Ja. Die Trage kann wieder nicht so gut. Die hat mehr Pots, glaube ich. Na, keine Worte auf der Botlands. Wer hat mir jetzt schon da mit dem Mann? Das ist der Level 6. Klar. Nein. Wow, die ist gerade Level 6 geworden. Ja, ja, 4. Wow. Wow. Egal. Shit happens. Das Wort habe ich. Was ist passiert? Fuck, man, da wird die gerade Level 6. Ich brauche auch nur Level 6, da kann ich so viel besser traten. Na, fuck, man. Ich war um. Ja, Fehler. Das macht der, der 0-3 schritt. Ach ja, gibt Schlimmeres. Ja, 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 ja. Nö, 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 nö. Fuck, hätte ich am Anfang einfach nur den Kill genommen, ne? Mit dem Ignite. Ich sag doch, ich soll die andere spielen, aber nein. Ey, schon wieder der Hooks-Kloss. Ja, dann hätte ich ein Ding zu matchen. Hm, ah, ne. Aber trotzdem hätten die Gegner auch nicht gern. Ich glaube, die Vayne hat keine Ahnung, wie man Vayne spielt. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Äh... Oh, ne, ich habe einen Minion gemacht. So, dann habe ich erstmal Level 6. Ich finde den Draven auch nicht so cool. Obwohl der 20 mehr Farm, die Vayne hat echt keine Ahnung. Und ich habe es am Haken. Und dann fängt er an zu stocken. Ich glaube, es ist ja, Vayne wieder vielleicht raus. Was macht ihr da? Nur den Krieg genommen. Ich hätte ihm nicht helfen können. Ich hatte meine Länder schon geworfen, was gibt es nicht. Oh. Ich sehe ganz, weil ich nicht ernst bin. Ich dachte ganz schön. Ja, die sind unten, ne? Top-Lane. Was? Liegt den Sondenten. Was? Ja, jetzt wäre der Hydra-Alter. Wer mit dem Krieg geholt, aber ich hätte den gehen. Ja, der hat schon 158 AD Leute. Äh, bei mir hat es gerade lol, wie mir nichts. Ich will doch kein Blue-Alter. Wie sehe ich denn aus? Ah, Lee, es ist in der Mitte. You don't think... You don't think... You don't think... Nein, Mann. Meine Fresse. Kommt die Top-Lane, das ist ja immer noch Mittel. Ich spiele mir aber gar nicht in Gerüte zusammen. Lee, ich gehe zu dem. Ja. Ja, ich glaube, komm. Nee, ich glaube, der wird jetzt gleich im Blu anfangen, damit ich den Blu haben kann. Ich poste und nehme mich an den Blu. Was haben die mit dem Ochs gemacht? Tschüss. Du bist tot, Paddy. Was, die hat schon Hüter? Oh mein Gott. Ja, komplett. Nein. Ich dachte schon. Ach, was hat er gemacht? Und das tut böse, aber. Das wird Frosf ausgehen. Ich weiß nicht, dass es, dass die anderen direkt auf Magie resistent gehen kann. Wie top, ne? Oh, Alter, die sind die so geil, Alter, die sind so gut, ey. Die gehen beide übelst auffällig in den Busch rein. Und dachte, nee, er merkt das nicht. Okay, gut, dass die top ist. Vayner hat sich zurückgezogen. Die macht dann wie nur Autotext. Sieht fast aus, als wäre die Afkara. Also, mit Autotext meine ich die gesteht. Ja, Lee ist immer noch Top-Lane. Ja, gut. Ja. Ich dachte schon, der KS-T da wird. Ja, ich auch, ey. Okay, SS Mitte. Aber Dead Play, ne? Ja. Oh, ich werde Mitte sofort krachen. Ich dachte, ernsthaft, die töten mich, aber. Didis Mac, OP, ne? Ich könnte so guten Gang gebrauchen, Mann. Geh doch, sag raus, so spasst. Der ist so schlecht. Der ist Greeny, Alter. Äh, die, Jora ist nicht da. Ein bisschen aufpassen, Leute. Äh, SS Mitte. Ja, SS Startbau. Soll ich, ich starb der Zeit jetzt ausbauen, oder soll ich lieber schon direkt diese Rüstung kaufen? Ich würde diese, ich weiß nicht viel, 999, 999, naja, 15 oder so, kostet das Ding, dieses Schild. 1.500, 1.500, 1.000, nee, 999, Astro Gletscher, meinst du? Ich habe mir überlegt, hier zu gehen, das, was du für Randoins umbaust. Ist diese Rüstung. Hier, Rüstung, das du schützt hast. Ich würde nicht zu viel bauen, also, so einzeln kann. Ja, das Brauchte ist Frozen Heart, ja gut, dann brauche ich mir das sofort. Ach, du brauchst Frozen Heart, ja, sehr gut. Ja, klar, muss ich... Meins lohnt es noch einen Dornpanzer? Äh. Oh, ich... ZD. Oh, der Kuh, die Kuh von... Von dem Bini. Ja, weil ich Flash bin. Hauptsache, ich habe was da genau am Schreiben. Äh, ich's bitte, okay. SS, stopp. Ich habe auch kein TP. Ich habe auch kein TP. Ich habe auch kein TP mehr. Ich musste gerade machen, weil hier ein Kawa angehtetet. Oh, ich habe mir ein Wort gekauft. Alter, Lulu, Kaufdien überwunden, stark passt. Ja, voll abhängig. Hoffentlich nicht, dass wir zu uns, die hat 122.8. Und nicht mal die Job. Einfach das. Bad Job haben wir haben, ich gehen. Diana, es war noch irgendwo. Äh, SS, stopp. Okay, weg. Ah, langsam komme ich ins Rollen. Nein, ich rolle nur. Nein, das war nicht gut. Nein, nein. Was hier? Na, Damage-Träds gewinne ich auf jeden Fall, Alter. Ich habe keine Chance. Ich habe jetzt meinen Hextech-Gunblade. Ich mag es sogar meinen Tiddy-Smack. Meinst du? Na, dann mach ich. Ich habe drei Kills bekommen, was ziemlich nice mal. Kannst du dich nehmen? Ja. Oder auch mit Ulti. Naja, die war ich, die wird ausrechnen. Alter, guck mal, du hast die beiden Plays jetzt an. Dankeschön. Nice. Good Job. Fiora hat sich die, äh, Angriffstemper-Show gekauft, was jetzt nicht so schauber war. Ja, Gang-Olang-303. Ich habe schon drei Kills, Alter, wie viele es jetzt haben die gemacht? Ja, die haben Mitte auch nochmal gut aufgeräumt. 12, ey, warum schießt du 0-3? Ich? 0-3? 0-0-3, 2-3. Ich habe den ganzen Kills noch fast gerade. Ja, läuft. Ich habe gut Money bekommen eigentlich. Nice. Das ist... Das ist ein richtiges Problem, das macht das Schild übelst stark. Na, ich weiß, ich habe Lumi gezopft. Der Beschwerdstatt ist die Hooks-Failer und die sind immer so mega close. Da fehlt immer so ein Zentimeter. Danke schön. Good Job. Das ist so. Luba-la. Bam. Ah, jetzt bin ich wirklich on the road. Habe ich schon on the road. Hallo, old raus. Ich meine, wenn er mir blue gehen will, ja. Na gut, gold. Ein bisschen mehr zieler. Gold und manneregel. Alter, KZB. Sie ist sehr, energie-regierend. Ist das echt so? Von 10 auf 16. Was ich finde, der Energie ist übelsteller. Da muss es ja auch. Weiß er, kostlos. Good Job, Tom. Das war gut, auch. Ja, der war easy. Ja, lass mir lecheln, Drey. Da weiß ich ihm gut. Hallo, was macht der? Ja, Drey könnte, äh, es ist in der Mitte, da kommt schon mehr. Hauptsache, die wartet da. Es ist auch, wir haben hier Wort, ne? Ja, den könnt ihr noch nehmen, oder? Der ist ja 20 Sekunden, es gibt. Perfekt. Lol, never. Lol, nice. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die hier unsichtbar reinkommt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die hier unsichtbar reinkommt. Der macht mal reinkt. So schnell, aber so nötig ist der Entspunkt. Können wir machen, eigentlich aber. Nein, das ist normal, hallo. Oh fuck, ja, ich glaube, ich bin tot. Ich werde mal Mitte pushen. Ja, der Lee gang ziemlich oft. Ja, der war zu einmal Top-Lin. Komm auch mal mit zum Mitte. Warum? Ich brauche nicht tausend. Er ist ein König gekommen. Na, dann mache ich den Gott. Der ist vielleicht noch, der ist vielleicht auch seit Alter. Ja, ich muss schon wieder, hier sind wir. Top-Tocker muss kommen. ich habe mir doch auch unseren ich mache ihnen dann bin ich ja das mal das mal top ich die pienig es werden verschwender gewesen gehe ich noch mal mit nun mit japaner die diana das wichtigste als akadier wollte immer drei oder zwei stext haben der brust macht ihn für einfach mal die kombos waren jetzt gerade nicht so gut da kommen alle innen echt um fast wort aus dem wort ja nein hatte ja wer hat sich mit antworten aber nur noch immer den kälter wo schon noch so weiter aber da ist das hier das sein kristall meinst du hast ja ich bin gerade aus dem wenn ich mich nicht mehr gelandet dann ist die fähigen die ließen mit ja die KOMO waren das nicht so gut von mir ich selbst erkenne Akadien oder so ich bin eigentlich nur das Verfahren Akali nicht so Achtung Lee und ich habe meinen und scheiß das ein Scheiß Oro der Grund ich komme uns kann dann noch etwas später ob aber jetzt mehr geht ab ich den Kuh einfach mal nicht der ist im Busch auf der Klaube ich bin tot das war natürlich wieder gredi 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 aber die ist um an ich traue mich nicht noch mal zu gehen aus dem Herzen er soll ich vertreten und bei Komao gibt die genau gehen er kommt jetzt zu dritt wahrscheinlich zu der Pläne gehe hierher Prozent das okay so kann ich hätte nicht so viel mehr der Becker zu setzen weil Fioran ließen das ist ein bisschen an die ich habe schon die Stadt des Zeltalters und Prozent großen Ort Ehe auch nicht die scheiß Hochschüsse Prozent aber er hat richtig gut damit schon im Moment wo kein Mitleid Kommandigen und Lernkern enthandelt Omo ich hab dir besprochen weil er nicht die Gäste Länder an ich bin wo man muss ich ich denke noch hingehen habe ich dann zum Ausdruck auch Niederleiter an das Leben und Dr. Toppen mit wieder diese Fähigkeiten endlich gut aus Leute sieben sehr gut das ist er kurz der Tauertop ist auch kaum ja, sehe ich es kann das war ein starkes E was will der Typ? den könnte man mal nehmen ja, machen wir auch das ist ein starkes E das ist ein starkes E dein Ernst? den lauft mit meinem Ding es halt rein Dankeschön diese Team-Kombo-Leute jetzt erzähl ich smack euch ne Wand nicht die ist auch geil geil, noch mal zu natürlich, aber so macht man das mit Kragas, Alter so, und damit würde ich mal sagen GG, Leute ja, mainly Runen und Masteries sind noch in der Beschreibung nur von Akali bis zum nächsten Mal tschüss haut rein